Herzlich willkommen bei Android Pit. Heute schauen wir uns mal die beiden besten Mini bzw. kompakten Smartphones an, die es für Android zurzeit gibt. Einmal das Sony Xperia Z3 Compact und einmal das Samsung Galaxy S5 Mini. Das S5 Mini hat bei uns im Test den Titel bekommen, das beste Mini zurzeit auf dem Markt zu sein. Das ist auch nach wie vor so. Das Z3 Compact hingegen darf sich rühmen, als einziger echter iPhone-Konkurrent zurzeit an den Start zu gehen. Schauen wir uns erstmal Design und Ausstattung der Geräte an. Beide folgen hier den großen Vorbildern. Zuerst einmal das S5 Mini, das ganz klar die gleiche Sprache spricht wie sein großes Vorbild, das Galaxy S5. Wir sehen hier auf der Rückseite die gleiche Kunststoffabdeckung mit diesem gummierten, leicht perforierten Look. Das Ganze erinnert so ein bisschen an einen Golfball oder einen Heftpflaster, wie böse Zungen vielleicht behaupten würden. Der Akkudeckel ist wie immer abnehmbar, der Akku darunter austauschbar. Wir haben hier den charakteristischen Chromrahmen, der das Gehäuse umfasst. An der Vorderseite haben wir unterhalb des Displays den Homebutton. Dahinter verbirgt sich ein Fingerabdruckscanner, wie auch schon beim Galaxy S5. Auf der Rückseite sehen wir dann auch den Pulsmesser, den wir vom Galaxy S5 kennen. Und an der Oberseite des Gerätes haben wir einen Infrarotsender. Alles in allem ist das Ganze typischer Samsung-Look. Und wie das Galaxy S5 ist auch das S5 Mini gegen Staub und Wasser geschützt. Allerdings nicht so stark wie das Xperia Z3 Compact, das wir uns jetzt anschauen. Auch hier sehen wir die typische Handschrift von Sony im Vergleich zum Vorgänger, zum Z1 Compact. Das Z3 Compact ist nicht größer geworden, hat aber ein größeres Display. Das Ganze ist möglich durch die relativ schmalen Displayränder links und rechts und auch oben und unten ist nicht viel Platz. Ansonsten sehen wir hier das typische Sony-Design mit dem charakteristischen Powerbutton hier in der Mitte des Gehäuses auf der rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind aus Glas. Das Ganze wirkt sehr edel und gut verarbeitet. Der Kunststoffrahmen hier drumherum, der ist leider anders als beim Z3 eben aus Kunststoff und nicht aus Aluminium. Das mag für manche ein Nachteil sein, für uns ist es allerdings nicht weiter tragisch. Insgesamt würden wir sagen, vom Design her kriegt das Xperia Z3 einen Punkt, da es uns einfach besser gefällt als das S5 Mini. Allerdings ist das S5 Mini etwas besser ausgestattet. Schauen wir uns als nächstes das Display an. Das S5 Mini hat ein 4,5 Zoll Display, das Z3 Compact ein 4,6 Zoll Display. Die Unterschiede in der Diagonale sind also minimal. Die Auflösung ist bei beiden gleich und beträgt 1280x720 Pixel. Dadurch hat das S5 Mini natürlich die etwas höhere Pixeldichte. Das fällt allerdings in der Praxis auch bei näherem Hinsehen kaum auf. Kleiner Unterschied zwischen den beiden. Bei Sony sind die Navigationstasten, die wir hier unten sehen, im Display untergebracht. Bei Samsung sind sie traditionell außerhalb des Displays, weshalb es so wirkt, dass auf dem Samsung Display etwas mehr Platz vorherrscht als bei Sony. Die Technologie ist bei beiden Displays natürlich unterschiedlich. Sony setzt beim Z3 Compact auf ein LCD-Panel, während Samsung wie immer eigentlich einen AMOLED-Bildschirm einsetzt. Das Ganze macht sich darin bemerkbar, dass es bei Samsung eben die etwas stärkeren Kontraste gibt, die satteren Schwarzwerte und generell etwas stärker gesättigte Farben als bei Sony. Von der Helligkeit her liegen beide fast auf einem gleichen Level. Das Sony-Display ist allerdings etwas heller. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier im direkten Vergleich uns einmal anschauen können. Wir haben die Helligkeit etwas runter geregelt fürs Video. Allerdings sieht man hier den Unterschied zwischen beiden Bildschirmen. Sony hat auch das etwas reinere Weiß. Samsungs Display ist etwas wärmer von den Farben her und könnte einen leichten Gelbstich haben. Im Großen und Ganzen ist es natürlich Geschmackssache, was man bevorzugt, LCD oder AMOLED. Das Display des Z3 Compact ist etwas besser, wobei die Blickwinkelstabilität, wie man hier vielleicht sehen kann, beim S5 Mini wiederum besser ist. Dafür ist das Z3 Compact eben etwas heller. Und einen weiteren Vorteil hat es auch, den wollen wir euch auch eben zeigen. Und zwar kann man über das Einstellungsmenü den Weißabgleich des Displays anpassen und somit eben Farbtöne oder Farbstiche reinregeln oder eben rausregeln. Je nachdem, wie es einem am besten passt. Das geht beim S5 Mini so nicht. Insgesamt bescheinigen wir deshalb dem Z3 Compact das etwas bessere Display. Hier bekommt also das Sony Gerät wieder einen Punkt. Ein kurzer Blick auf die Software. Bei beiden ist das aktuelle Android installiert. Darüber haben die Hersteller ihre bekannten Softwareoberflächen gelegt. Bei Samsung nennt sich das Ganze TouchWiz und hat seit dem Galaxy S5 einen etwas seriöseren und cleaneren, flacheren Anstrich bekommen. Das sehen wir ganz gut, wenn wir hier ins Einstellungsmenü gehen. Da haben wir diese runden Icons, die den meisten von euch sicherlich schon bekannt vorkommen. Das Ganze ist eben Samsungs neuer TouchWiz-Look. Bei Sony sieht das Ganze etwas anders aus. Auch hier ist es wieder eine Geschmackssache, auf welchen Look man eher steht. Ich mag persönlich das Sony-Design etwas lieber. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr individuell und subjektiv und unterscheidet sich von Person zu Person. Ausgestattet ist das S5 etwas besser. Es hat etwas mehr Software-Features. Darunter unter anderem natürlich auch den Fingerabdruckscanner und den Pulsmesser. Samsungs Gesundheits-App S Health ist mit an Bord. Das gibt es beim Sony Z3 Compact so nicht. Für Multimedia-Freunde allerdings sollte klar sein, Sony hat hier ein wirklich fast unschlagbares Angebot mit sehr guten Apps. Zum Beispiel Walkman oder die Album-App. Die Anbindung an die Playstation 4 zum Beispiel. Da kann wiederum das Samsung-Smartphone nicht mithalten. Trotzdem würde ich sagen, insgesamt liegt Samsung hier leicht vorne, da sie wirklich diesem Mini-Modell sehr viele Software-Features gegeben haben, die es auch beim S5 gibt. Da muss man quasi keine Abstriche machen. Schauen wir uns als nächstes die Performance der beiden Geräte einmal an. Hier sieht man schon auf dem Papier, wer die Nase vorn hat. Sony hat dem Z3 Compact quasi den gleichen Prozessor gegeben, wie er auch im Z3 steckt. 2 GB Arbeitsspeicher. Das ist wirklich viel für so ein kleines Gerät. Da können die anderen Mini-Geräte nicht mithalten. Auch das S5 Mini ist hier deutlich schlechter und wir haben es getestet und waren wirklich begeistert von der Performance des S5 Mini. Es zeigt kaum Ruckler und läuft im Alltag wirklich schnell und fehlerfrei. Trotzdem hat das Sony hier etwas mehr Spielraum nach oben, deswegen bekommt auch hier das Sony einen Punkt. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Kamera. Auch hier hat das Z3 Compact ganz deutlich die Nase vorn. Es ist quasi konkurrenzlos gut ausgestattet, vor allem für so ein kompaktes Smartphone. Es hat im Seitenverhältnis 4 zu 3 die maximale Auflösung von 20,7 Megapixeln. Das ist deutlich mehr als das S5 Mini. Und wenn wir mal einen Blick ins Einstellungsmenü werfen, auch hier gibt es viele verschiedene Aufnahmemodi, die wir so auch beim Z3 vorfinden. Hier muss der Nutzer also wirklich kaum Abstriche machen zwischen dem Z3 und dem Z3 Compact. Wenn wir mal in die Kamera-App des S5 Mini schauen, dort sieht das Ganze auch ähnlich aus wie beim S5. Wir haben allerdings hier eine maximale Auflösung von 8 Megapixeln. Das ist natürlich etwas weniger. Wir wissen auch, dass Megapixel nicht alle sind und die Bildqualität des S5 Mini ist wirklich gut. Das muss man zugeben. Allerdings trotzdem ist das S5 Mini etwas schlechter ausgestattet, bietet weniger Aufnahmemodi und generell etwas weniger Spielraum bei der Aufnahme von Fotos. Ähnlich ist es auch mit den Akkus der beiden Geräte. Das Z3 Compact hat mit 2600 mAh wirklich ordentlich Saft. Es hält sehr lange durch. Alle Tester haben ihm bisher eine überdurchschnittlich gute Akkulaufzeit beschienen. So auch wir in unserem Test. Das S5 Mini hat dagegen nur 2100 mAh, deutlich weniger. Also die Laufzeit des S5 Mini ist ebenfalls gut. Allerdings kann es nicht mit dem Z3 Compact mithalten. Also hier auch, genau wie bei der Kamera, einen Punkt für das Sony Gerät. Und damit am Ende auch ein ganz klarer Vorsprung. Denn wenn wir zum Fazit kommen, ist glaube ich deutlich, das Sony Z3 Compact ist insgesamt das bessere Gerät. Das wird auch deutlich, wenn wir auf den Preis schauen. Samsung verkauft das S5 Mini zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 Euro. Das Z3 Compact ist schon für einen Preis von 499 Euro zu bekommen. Natürlich sinken die Preise auf dem Markt noch und es dürfte hier noch einige Anpassungen stattfinden. Allerdings trotzdem, wenn man mal von der unverbindlichen Preisempfehlung ausgeht, dann ist ganz deutlich, dass Sony mit dem Xperia Z3 Compact das deutlich bessere Angebot hat. Und das Galaxy S5 Mini zwar nach wie vor ein gutes Smartphone ist, mit dem Z3 Compact allerdings nicht mithalten kann. Und das Galaxy S5 Mini